So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist schon ein bisschen her, da wurde der Evoli Sea Day angekündigt, aber ich habe noch kein Video dazu gemacht. Ich möchte darüber natürlich auch informieren, nochmal alles aufzeigen und auch meine Meinung dazu abgeben, aber vorher, heute ist der 30.07., das heißt, das ist das allerletzte Mal, dass ihr dieses Kaumalad hier unten rechts in der Ecke seht. Für die Leute, die das immer noch nicht wissen, dieses Shiny Kaumalad ist da und hat uns den ganzen Juli begleitet in den Infovideos und bei Raidmania im Hintergrundbild, weil das das Wunsch-Pokémon vom Raidmania-Sieger im Juni war. Der hat das Juli-Pokémon bestimmt. Raidmania im Juli ist auch abgeschlossen, es gibt wieder einen Sieger, beziehungsweise vier Sieger, nämlich Moonlight, Tix-Kekslor, Tix-Dragonhunter und Schilling-3. Die haben die meisten Punkte in der Raidmania geholt und einer davon hat mir sein Lieblings-Pokémon genannt, das heißt, ab 1.8. werdet ihr bei Infovideos das Lieblings-Pokémon von diesem Kollegen sehen und bei der Raidmania. Und es ist noch eine brandaktuelle News gerade reingekommen, beziehungsweise wieder mal eine Data Mine. Go Games hat hier wieder mal was aufgeschlüsselt, das ist jetzt nicht allzu viel, ich möchte euch trotzdem ganz kurz hierzu was zeigen. Evoli Community Day, ja egal, geht's um Spezialforschung, da kommen wir nachher noch dazu. Neue Größen. Ihr wisst alle, es gibt ja verschiedene Größen von Pokémon. Das wird immer angezeigt, ob das jetzt XL ist oder XS oder was anderes, ob die besonders groß sind, ob die besonders klein sind. Das kann sich auf die Körpergröße oder das Gewicht auswirken. Viele sammeln das. Die sammeln zum Beispiel ein 100er Carbador und sagen dann, ach schade, dass es kein XL ist. Und der nächste kommt, ich habe ein 100% Carbador XL. Das ist viel mehr wert. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Also es ist unter den Sammlern sehr beliebt, bei den Pokémon auch auf die Größe und das Gewicht zu achten, aber es steht hier auch nochmal dabei, dass das keine Rolle spielt. Also, Irrglaube. Es hält sich bei manchen Spielern hartnäckig das Gerücht, dass die Größe eine Auswirkung auf den Kampf und die Stärke des Pokémon hat, das ist nicht der Fall. Es ist völlig egal, ob ein Pokémon XS oder XL ist. Ein Pokémon derselben Spezies mit dem gleichen IV macht stets gleich viel Schaden. Auch das Verhalten beim Ausweichen wird nicht durch die Größe beeinflusst. Habe ich also noch nie verstanden, wieso die Leute so viel Wert auf XL legen, wenn sie einen 100er haben wollen, dass das ein XL-100er sein muss. Denn es ist einfach nur ein 100er. Mehr nicht. Ob da XL steht oder nicht, ist egal. Jetzt wurde aber gefunden. Laut dem neuen Text gibt es scheinbar zwei neue Größen für Pokémon im Spiel, nämlich XXS und XXL. Bislang gab es ausschließlich die Kategorisierung XL-XS, die bei Carbador und Radfratz zu tragen kamen, bei der Medaille dafür. Ihr wisst, es gibt eine Medaille für winzige Radfratz, die dann XS sein mussten und eine Medaille für große Carbadore, die XL sein mussten. Was glaubt also ihr, wird es neue Medaillen geben, wo man ein bestimmtes Pokémon so und so viel mal als XXS-Version fangen muss und ein anderes als XXL? Wäre interessant und vor allem, was kann da eine Rolle spielen? Winzige Radfratz, große Carbador. Was kann XXS, XXL sein? Wir wissen es nicht. Dann die neuen Corona-Boni waren ja schon angekündigt. Jetzt ab 1. August gehen die live, aber nur in Amerika und Neuseeland. Haben sich viele ja ein bisschen abgefuckt, dass da einiges abgeändert wurde. Aber ich habe gesagt, ich finde die Änderungen eigentlich super, weil viele Dinge bleiben so wie sie sind. Viele Dinge kommen neu hinzu. Und manches wird abgeändert. Das Einzige, was wirklich abgeändert wird, ist dann der Rauch. Rauch war früher halbe Stunde. Du musstest dich bewegen, dass der effektiv ist. Während Corona haben sie den Rauch auf eine Stunde erhöht. Und es ist jede Minute oder alle 45 Sekunden ein Pokémon gespawnt. Der Rauch hält trotzdem weiterhin dann eine Stunde an. Was ja immer noch ein Vorteil ist. Aber ist nicht mehr so effektiv. Das heißt, er geht zwar eine Stunde, aber es kommen gefühlt vielleicht alle drei Minuten nur ein Pokémon. Außer du bewegst dich. Wenn du dich bewegst und aktiv läufst, kommt auch jede Minute oder alle 45 Minuten ein Pokémon aus dem Rauch. Rauch funktioniert also wieder so wie früher, aber hat trotzdem die doppelte Zeit. Früher halbe Stunde, jetzt eine Stunde. Also beschwert euch nicht. Ist immer noch eine feine Sache. Was neu hinzukommt, sind die garantierten Geschenke von den Pogestops. Das war ja auch immer ein Thema, was genervt hat. Ihr wollt 20 Geschenke in eurem Beutel haben, wollt welche verschicken. Ihr dreht 50 Stops und habt trotzdem nur 5 Geschenke. So wisst ihr, ihr dreht 10 Stops und habt 10 Geschenke. Ihr dreht 20 Stops und habt 20 Geschenke. Mehr könnt ihr auch nicht tragen in dem Moment. Wo wir gerade beim Stop-Drehen sind, auch 10-fache Erfahrungspunkte für das Drehen neuer Pogestops ist dann auch neu und für immer so drin. Wo man auch ordentlich natürlich Erfahrungspunkte sammeln kann, wenn man irgendwo hinreist nach Corona in ein fremdes Land und dort Stops dreht. Und bis zu zwei kostenlose Raid-Passe pro Tag. Manche sind jetzt schon überfordert mit dem kostenlosen Raid-Pass. Ich gehe jeden Tag raus im Ort an die Arena mit 6 Handys, 6 Accounts, damit ich auf dem Main-Account den kostenlosen freien Pass wegmachen kann. Muss mir da meistens selber helfen, weil die Spieler ausbleiben. Alles andere über Fan-Rates oder sonst was, grüne Pässe, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich versuche jeden Tag den kostenlosen Fan-Rate-Pass wegzumachen. Ist manchmal stressig, wenn den ganzen Tag kein Raid kommt. Dann wäre es so, dass man zweimal den kostenlosen Fan-Rate-Pass pro Tag wegmachen muss. Beziehungsweise kann. Finde ich auf jeden Fall cool. Niantic schenkt euch schon wieder was. Niantic schenkt euch zwei Raids pro Tag. Obwohl die meisten Leute das eben nicht nutzen. Oder nicht nutzen können. Aber einige auch nicht nutzen wollen. Ich sehe es immer wieder hier. Die wohnen auf dem Markt. Die Arena ist 10 Meter um die Ecke. Und die sagen, ach ich mache per Fan-Rate mit. Das ist bequemer. Ich denke mir, Digga, warum gibst du jetzt Geld aus für den Fan-Rate-Pass, wenn du deinen kostenlosen hast. Und den einfach jetzt nutzen könntest. Aber sie wollen nicht raus. Sie wollen sich nicht bewegen. Sie sind zu faul. Muss man nicht verstehen. Keine Ahnung. Es ist was Schönes natürlich, dass man Freunde auf der ganzen Welt einladen kann zu Raids. Und mit denen interagieren kann. Aber Leute, im selben Ort an der Arena, die sie sehen, weil die nur zwei Meter entfernt ist. Da verstehe ich nicht, wieso man da Fan-Raten muss. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das ist wie gesagt aber erstmal nur in Neuseeland und in den USA. Ab 1. August. Aber je nachdem, wie das da anläuft, was damit passiert, wird das sicherlich auch zu uns überschwappen. Was anderes Interessantes wurde hier gefunden, den POI-Upload. Also wenn ihr jetzt unterwegs seid und Pokestops einreichen wollt, musstet ihr vor Ort, wo ihr seid, ein Bild machen und direkt in die App laden und wegschicken. Oftmals gab es da aber Probleme, weil hier steht kein Datenvolumen. Bei uns in Burton war es zum Beispiel so, in Burton, Burton hatte gar keinen Empfang. Du konntest da was Schönes sehen und du konntest es nicht einreichen, weil Burton hat keinen Empfang. Du hast kein Internet, du hast kein gar nichts. Jetzt hatten wir mit der Gallery Cam, habe ich mal ein Video dazu gemacht, haben wir einfach Fotos gemacht vor Ort, sind nach Hause, haben uns dann theoretisch dahin teleportiert mit einer GPS-App an den Standort, wo dieser Stopp war. Und haben über die Gallery Cam dieses Bild dann noch nachträglich eingereicht, als wir Internet hatten. So konnte man trotzdem den Stopp dort einrichten, wo der auch wirklich war. Ja, so konnte ich auch für Zuschauer anbieten, Pokestops für Zuschauer einzurichten, wenn die noch nicht Level 40 waren. Aber was richtig Cooles bei sich hatten, im Ort einen Brunnen oder irgendwas oder eine Friedhofskapelle, Spielplatz, Fußballplatz. Dann haben die Leute mir Bilder geschickt, haben mir den Standort geschickt. Ich bin zu dem Standort hin, habe mir das angeguckt, ob das da ist oder nicht. Und wenn das da war, dann habe ich das für die Leute eingereicht. So haben viele auch eine Arena bekommen, war also eine nette Sache. Aber jetzt scheint es ja dann möglich zu sein, auch ohne die Gallery Cam, irgendwie nachträglich Bilder aus dem Inventar einzureichen. Das ist ja schon fast dann wie bei Ingress. Bisher ging das nur bei Ingress, jetzt wird es dann auch da gehen, aber trotzdem müsste es ja vor Ort sein, oder? Ja, komische Sache. Rocket Radar ist egal, da hat sich eigentlich nicht großartig was geändert, außer die Beschreibung. Also was sagt ihr dazu? Habt ihr Bock auf die neuen Corona-Boni und hofft, dass die bald bei uns ankommen? Werdet ihr dann täglich eure zwei Raid-Pässe wegmachen? Reicht ihr Pokestops ein oder lasst ihr einreichen oder seid ihr nicht auf dem jeweiligen Level? Mittlerweile geht das ja schon ab 38. Freut ihr euch auf XXS und XXL-Pokémon und denkt ihr, da wird es neue Medaillen geben? Ja, schreibt es mal alles rein. Dann guckt mal uns jetzt aber den Evoli C-Day an. Ja, der ist auch wichtig, denn Evoli ist ja ein süßes Pokémon, sagen wir es mal so. Aber Evoli ist so oft einfach da bei so vielen Events. Wenn eine neue Evoli-Form eingeführt wurde, gab es wieder ein spezielles Evoli-Event, wo Evoli dazu kam, die Form gefeiert wurde, dir alles hinterhergeworfen wurde. Evoli hatte seinen C-Day schon mal, zwei Tage lang. Das war der allererste C-Day, den ich je mit Video vor Ort gefilmt und hochgeladen habe auf meinem Kanal. Der Evoli C-Day ist der allererste C-Day, den es je bei mir auf dem Kanal gab. Einmal hier in der Stadt und einmal bei der feste Coburg mit Furzbob und Corinna waren wir unterwegs, haben wir alles gefilmt. In zwei Tagen hat es Spaß gemacht, keine Frage, war super. Letztens auch wieder ein Event, wieder Evoli überall. Und mittlerweile habe ich es geschafft, alle Evoli-Entwicklungen mit 100% auf Level 50 zu ziehen. Alle Evoli-Entwicklungen als männlich und weiblich, alle Evoli-Entwicklungen als shiny, alle Evoli-Entwicklungen als Blumenkranz shiny, ich habe also echt keinen Bedarf. Ja, es gibt Leute, die haben noch kein einziges Evoli in ihrem Leben gesehen, denen fehlen alle Entwicklungen. Ich finde aber trotzdem es viel zu übertrieben, einen kompletten Evoli-Community-Day zu wiederholen und nochmal reinzubringen. Das ist das zweite Mal, dass das passiert, denn Glumanda hatte auch schon zwei C-Days. Glumanda hatte seinen C-Day, feine Sache, da haben die Starte immer noch abgewechselt mit allem anderen hin und her. Leute, die das verpasst haben, war an sich nicht schlimm. Glumanda gab es auch bei so vielen Events dann immer wieder als Spawn. Ihr habt dann auch die Mega-Glura-Graids, wenn ihr euch in einen shiny Glura gefiltert und es euch nur darum ging. Fand ich nicht schön, dass sie Glumanda das zweite Mal reingebracht haben. Klar, manche haben sich über die XL-Bombombs dann gefreut, aber es gibt so viele Pokémon. Macht nicht einen C-Day das zweite Mal, sonst müsstet ihr ja jeden C-Day das zweite Mal bringen. Oder jeder C-Day kann das zweite Mal kommen und viele C-Days waren komplett lost. Deswegen, kann ein C-Day lost sein? Ich weiß nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass nichts Neues mehr kommt und alles nur noch wiederholt wird, dann ist das echt, weiß ich nicht, ein Schritt in die falsche Richtung. Aber ich muss sagen, wenn ich sehe, jetzt kommt Evoli wieder, nämlich am 14. und 15. August, dann wünsche ich mir doch lieber Glumanda zurück. Glumanda war wenigstens noch ein richtig tolles Pokémon. Und mit der Mega-Entwicklung, mit allem drum und dran, mit allem dabei. Evoli, ja, hat natürlich auch starke Entwicklungen. Ich meine, Psiana ist ein guter Psycho-Angreifer. Glaciola ist ein richtig guter Eis-Angreifer. Feli, Nara, freuen sich alle, weil es so süß ist, hin und her. Aber irgendwie habe ich, ich weiß nicht, was ich an dem Tag machen soll. Ich habe ja alles. Und selbst die Leute, die den C-Day nicht gespielt haben damals, haben so viele Möglichkeiten gehabt. Wenn irgendwas Neues gekommen wäre, dann wäre das ja nicht nur für die aktiven Spieler neu, es wäre ja auch für die neuen Spieler neu. Deswegen, sagt nicht, ja, denk doch mal nicht nur an dich, denk doch mal an die neuen Spieler. Für die neuen Spieler ist doch sowieso alles neu, egal was reinkommt. Aber dieses ständige Recyceln finde ich ein bisschen too much. Schreibt euch trotzdem das Datum mal auf. 14. August, 15. August, Samstag und Sondag jeweils von 11 bis 17 Uhr. Damals war es ja wenigstens so, da war es 3 Stunden an einem Tag und 3 Stunden am nächsten Tag. Jetzt hast du 6 Stunden jeweils. Evoli, häufiger in der Wildnis, auch als Shiny, gibt es ja sowieso. In Schnappschüssen begegnest du Evoli. Es gibt für 99 Cent die Spezialforschung. Eier, die während der Eventzeiträume in Brutmaschinen gelegt werden, benötigen nur ein Viertel der üblichen Schlüpfdistanz. Außerdem halten Rauch sowie Lokmodule 3 Stunden an. Gibt ja immer besondere Boni. Früher war es so, Lokmodule 3 Stunden, dann während Corona haben sie das abgeschafft. Lokmodule hielten nur noch eine halbe Stunde, dafür hielt der Rauch 3 Stunden, dass man den effektiv nutzt. Jetzt soll man zur Normalität zurück, also Lokmodule auch wieder 3 Stunden. Und Rauch 3 Stunden, ihr kombiniert also alles und Eier gefürtelt. Daneben gibt es Boni, die nicht nur in diesem Zeitraum, sondern von Freitag, 13. August, 19 Uhr, bis Montag, 16. August, 19 Uhr andauern. Und zwar, alle Gefangenen oder ausgebrüteten Evoli beherrschen die Attacke Zuflucht. Ihr kriegt also lauter Evolis mit Zuflucht. Um Evoli zu Felinare entwickeln zu können, werden 7 statt der normalen 70 Herzen benötigt. Jetzt habe ich da auch schon alles durch. Ich habe das 100er entwickelt, ich habe das männliche entwickelt, das weibliche entwickelt, das shiny entwickelt, das lucky entwickelt und das shiny mit Blumenkranz. Wer noch kein Felinare entwickelt hat, weil er so viele Herzen da sammeln muss, er braucht nur noch 7 Herzen, das heißt, ihr könnt einen Felinare nach dem nächsten entwickeln, dann nehmt ihr einen Evoli als Buddy und füttert da ein bisschen oder kämpft kurz, sind die 7 Herzen direkt voll. Im Rahmen einer befristeten Forschung erhält man ein Moos-Modul und ein Gletschermodul, damit man natürlich vor die Purpa und Glaciola entwickeln kann. Ist ja wichtig, möchte man ja sicherlich auch mit den neuen Attacken, die dann kommen. Im Shop gibt es da wieder eine heftige Box für 1280 Münzen mit einer Top-Lade-TM, Top-Sofort-TM, 50 Hyperbellen, 5 Sternenstücken, 5x Rauch. Habe ich mir noch nie gekauft, so eine Community-Day-Box. Habt ihr schon mal eine Community-Day-Box gekauft und wenn ja, warum kauft ihr die? Geht es euch da um die Top-Lade-TMs oder holt ihr eure Top-Lade-TMs aus der GBL? Was aber neu und interessant wäre, ist natürlich jetzt, entwickelt man Evoli in diesem Zeitraum. Beherrscht seine Entwicklung jeweils eine Event-Attacke. Das heißt, man könnte sich natürlich jedes nochmal als Shiny mit Event-Attacke holen für die Sammlung. Aquana mit Siedewasser, Blitzer mit Blitzkanone, Flamara mit Kraftkoloss. Da hat das eine Kampf-Attacke, während die anderen bisher dazu gepasst haben. Sianer mit Spukball, Nachtara Psychokinese, Folipurber Kugelsaat, Glaciola Aquavelle, Felinara Psychoschock. Also sind auf jeden Fall Attacken, die die bisher noch nicht hatten, die die dann kriegen, aber ich weiß trotzdem nicht, was ich davon halten soll. Großartig. Ihr habt hier nochmal einen Artikel auch von GoGames dazu, wo nochmal ein bisschen bebildert ist. So sieht das Shiny Evoli aus. Bisschen unscheinbar. Trotzdem von den Shiny-Entwicklungen gefällt mir, glaube ich, Psyana am besten, weil das von diesem lilanen dann eben so schönes Pfeffi-Grün hat und so heftig aussieht. Also die Attacken vom 13. bis 16. 19. bis 19 Uhr, aber die Sea Days an sich am 14. und am 15. von 11. bis 17 Uhr. Kann man sich das merken? Kann man sich das aufschreiben? 3 Stunden Rauch, 3 Stunden Module, 1 Viertel Brutdistanz, Evolis aus dem Rauch, exklusive Attacken, 5 Begegnungen in Schnappschüssen, Moos-Modul, Gletschermodul fürs Entwickeln. Die anderen sind ja eh random zu entwickeln. Also Aquana, Blitzer und Flamara. Fetinara, wie gesagt, mit dem Buddy, mit den Herzen. Psyana nach Tara müsst ihr halt dann auch wieder als Buddy nehmen und 10 Kilometer laufen. Da könntet ihr natürlich schon ein bisschen was vorbereiten, indem ihr euch jetzt schon einen Evoli nehmt und so wild damit rumlauft, sodass ihr, wenn der Sea Day losgeht, ihr direkt um 11 euer Psyana entwickeln könnt mit Sea Day-Attacke. Dann ein Evoli reinpackt und sicherlich in diesen 6 Stunden oder bis abends halt, das ist ja egal, ihr müsst ja eh bis abends warten. Ihr müsst dann abends entwickeln in dem Event-Zeitraum ein nach Tara, dass ihr da auch die Sea Day-Attacke bekommt. Evoli entwickeln steht nochmal alles hier dabei, exklusive Spezialforschung, hier die Box, Fun Fact. Aha, vermutlich ein Grund, warum Evoli erneut als Community Day erscheint, ist die Veröffentlichung der neuen Pokémon-Sammelkarten Evolving Skies. In den USA am 14.08. Die deutsche Variante kommt dann irgendwann am 27.08. Also, was ist euer Ziel am Evoli Sea Day? Habt ihr schon alle Evoli-Entwicklungen? Habt ihr schon alle Evoli-Entwicklungen in Shiny? Freut ihr euch auf die neuen Attacken? Sind die neuen Attacken nützlich? Braucht man die für GBL? Sammelt ihr noch XL-Bonbons, um ein Evoli zu maxen, euer Lieblings-Evoli? Was ist eure Lieblings-Evoli-Entwicklung? Schreibt es mal in die Kommentare und welche Shinies braucht ihr noch oder werdet ihr es da ruhig angehen lassen, weil ihr eigentlich keinen Bedarf mehr habt und aktiv seit damals dabei seid? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier die Map von Hibu im Auge behalte und wenn noch mal ein Raid ist in der Stadt in der Nähe, werde ich noch mal losziehen und werde noch ein paar Dialga-Raids machen, da ich immer noch das 100er suche. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Küllendisch. Vielen Dank.